Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, ich bin Lucida und wir sind wieder zurück in meinem Apartment auf der Citadel. Zuletzt waren wir auf einer, was war das, irgendeine Veranstaltung mit Abendgarderobe und Shepard hat sich noch nicht umgezogen. So sehen wir heute aus. Und ja, wir haben erfahren, dass Kaan, der Waffen gehandelt hat, leider tot ist. Der wurde umgebracht von einem Unbekannten, einer unbekannten Gestalt, keine Ahnung wer das ist. Und der hat anscheinend ein persönliches Problem mit mir. Er hat gesagt, ich nehme ihnen alles, was sie haben, ich mache sie zunichte. So, wir wissen nicht, wer das war und deswegen reden wir jetzt gleich wieder mit Liara, die müsste wieder mehr erfahren. Die weiß wahrscheinlich Bescheid, oder? Wer weiß Bescheid? Ich bin froh, dass meine körperliche Anwesenheit für den Erfolg der Mission nicht notwendig war, Shepard. Irgendjemand weiß Bescheid. Ich will sehen, was sie finden, bevor wir einen Sieg ausrufen. Ah, da. Commander, Edi und ich haben die Festplatten analysiert. Es gibt Ergebnisse, wenn sie soweit wären. Ja, sind wir. Nur raus damit. Die Root-Struktur der Daten wurde gelöscht, aber die logische Intaktheit bleibt gegeben. Edi hat für sowas ein Wahnsinns-Talent. Ich weiß, sie ist eine KI, aber trotzdem. Wir haben eine verschlüsselte Kommunikation gefunden, ein paar Tage alt. Sie ist in einer Minute geknackt. Eine ganze Minute? Das schafft Edi sicher in fünf Sekunden. Ich dachte, ich gebe Analystin Brooks die Chance, sich beim Entschlüsseln zu verbessern. Und jetzt kannst du nicht mehr glänzen. Muss sie auch nicht. Sie sind die Crew der Normandy. Sie sind Legenden für uns bei der Allianz. Tja, was für Legenden. Legenden können gut oder böse sein. Was sind wir? Sie sind die Art, zu der man aufschaut. Der man sein Leben verdankt. Das merkt man kaum. Wir werden ständig beschossen. Ich kriege immer am meisten ab. Nach dem Motto schwerster Gegner zuerst, der Rest ist leicht. Und die Kameradschaft? Die Freundschaft? Ich glaube, das ist ihre Geheimwaffe. Ja, wir sind sehr gut befreundet, nachdem Miranda weg ist, nachdem Kaiden weg ist. Wen habe ich noch nicht gemocht? Weiß ich nicht, habe ich vergessen. Die beiden waren so, naja, weiß ich nicht. Gut, also, das wird hauptsächlich ich, was? Wir tun, was wir können. Aja, komm. Das gehört alles zum Job. Moment. Job? Heißt das, Sie werden alle dafür bezahlt? Los geht's. Wow. Die Söldner, die hinter Ihnen her waren, Sie haben viele Waffen gekauft. Schwere Waffen. Oh. Wozu brauchen die so viel Feuerkraft? Sieht aus, als plane die Drohne einen Aufstand. Ich habe nur den Specter-Zugangscode des Commanders in den Citadel-Archiven überwacht. Auf den Schirm. Eine Notabriegelung der Archive. Wer immer ihre Unterlagen hackt, ist genau in diesem Moment dort. Was wissen wir über den Ort? Der Rat bewahrt dort heikle historische Informationen auf. Ich bin nicht mal mit meiner alten C-Sicherheit-Freigabe reingekommen. Dann müssen wir uns Zutritt verschaffen. Los, wir... Wer ist das denn? Was macht der wohl los hier? Ah, Pizza-Service. Ich hatte echt Hunger. James! Doppelpeperoni? Ach! Die Archive sind riesig. Eine zeitaufwendige Suche. Ernsthaft? Leider können Sie nicht die ganze Crew mitnehmen. Wer sagt denn das? Bei dieser Sache kommen alle mit. Klasse. Aber... Wer bildet mit Ihnen die Vorhut? Und wer bezahlt die Rechnung? Wer bezahlt eigentlich die Rechnung? Ja, gute Frage. Ist ja was Süßes gemacht. Gut. Wir nehmen mit James, der ist gut gefüttert. Und wir nehmen mit... Ich muss eigentlich eine von den beiden Biotika mitnehmen. Wir nehmen mit Leara. Wie ist der Weg in die Archive? Die Anlage liegt unter den Bezirken. Vielleicht ein Direktangriff wegen der Überraschung? Wie ist das? Gefällt mir. Sie lernen langsam wie es läuft. Wenn Sie lange genug bei uns sind, lernen Sie wie es läuft. Sticht, schießt. Explodiert. Wer ist das? Achso. Das liegt doch gerade her. Wer ist das? Das ist der Pilot? Und rebellierende Morgens, deine synthetische Wesen gibt's auch. Das war ein Witz. Oder? Ah, endlich haben wir die richtigen Klamotten an. Die Archive sind irgendwo unter uns. Könnte schwierig werden reinzukommen. Nicht wirklich. Ja. Subtil schenken wir uns diesmal, oder? Ja. Ach, ein Modell. Der Citadel. Als Lampe. Wie geil ist das? Oh. Nicht schon wieder. Upsi. Wer hätte das gedacht? Oh, warte, warte, warte. Das ist ein Hinterhalt! Verteilen und entdecken! Ein Hinterhalt! Stopp! Ich muss erst mal kurz nachdenken, was ich hier brauche. Wer hätte das gedacht? Wir brauchen hier diese dominieren. Diesen Dominierenskilde. Ist ja gut. 30 Sekunden bevor die Mission schief lief. Das ist doch gar nicht schief gelaufen. Ist doch alles gut hier. So. Was hat die ganze Crew dabei? Warum ich denn hier für eine Waffe? Was ist das für ein Schrott hier? Ach. Ich kann auch nicht. Waffe dabei? Das ist ja nicht, ey. Das gibt's doch nicht! Wie soll ich denn? Oh nein, ich hätte die ausrüsten müssen, glaube ich. Okay, na gut. Das wird egal. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Sehr gut! Die schießt wunderbar. Mist, der kommt gar nicht hin. Das ist doch gar nicht richtig. Mist, das hat nicht funktioniert. Wer trifft das überhaupt? Du bist so weit weg hier. Das war ein Mist, ey, mit so einer schrottigen Baffe jetzt. Das darf doch nicht wahr sein. Ist das unsere hier? Ah! Oh. Was? Was? Ich weiß ja nicht, womit sie hier durchkommen wollen. Sie können nirgendwo hin, sich nirgendwo verstecken, wo wir sie nicht finden würden. Verstecken? Wieso denn? Ich bin Commander Shepard. Ich verstecke mich niemals. Äh... Dammt, die Sache wird immer seltsamer. Okay. Da hat sich jemand echt als ich ausgegeben. Wer sind Sie? Sie waren nicht die einzige Shepard, die Cerberus ins Leben zurückgebracht hat. Nee. Und jetzt macht wenigstens eine von uns endlich etwas Vernünftiges daraus. Shepard gibt's nur einmal, was soll das? Und fast, weil der hat mich geklont? Wo sind Sie hergekommen? Aus derselben DNA wie Sie. Ein Klon. Cerberus hat keine Kosten gescheut, um Sie wiederzubeleben. Und ich? Ich wurde erschaffen als Ersatzteillager. Falls Sie mal einen neuen Arm, ein Herz oder eine Lunge brauchen. Wo waren Sie die ganze Zeit? Sie sind im Koma. Bis ich vor sechs Monaten erwachte. Während Sie auf der Erde in einer Gefängniszelle saßen, lernte ich, ein Mensch zu sein. Schon erstaunlich, wozu eine Person mit genügend neuralen Implantaten in der Lage ist. Äh... Das Einzige, was mich an der Sache stört, ist, dass sie mich sieht. Unfassbar. Shepard gibt's nur einmal. Egal, wer Sie zu sein vorgeben, die Rolle von Commander Shepard ist schon besetzt. Mit der falschen Frau. Es ist Zeit für die... Erstbesetzung. Hat der Unbekannte Sie geschickt? Nein, er hat mich im Stich gelassen, als er hatte, was er wollte. Sie. Warum versuchen Sie dann, uns zu töten? Weil ich Ihre Erinnerungen nicht habe. Ich würde meine angeblichen Freunde niemals täuschen. Diejenigen, die ihre Pflicht vergessen und sich dem Shepard-Kult angeschlossen haben. Wie Sie, Dr. Tessoni. Sie sind nur ein College-Cheerleader und geben vor, Soldatin zu sein. Und Sie sind nur eine blasse Imitation des Originals. Ich bin das perfektionierte Original. Ich bin Sie, aber ohne Abnutzungen, Shepard. Ohne Zweifel, ohne Misserfolge. Ich bin der einsame Wolf, der Sie immer sein sollten. Ohne emotionale Altlasten, die mich bremsen. Niemand wird jemals glauben, dass Sie der Commander sind. Oh doch, wenn ich Ihr Schiff kommandiere. Hier spricht Shepard. Abriegelung der Normandy einleiten. Übermittele jetzt die Befehlcodes. Äh, mal eben schnell, während... Gute Idee. Wirklich schade, dass das Signal blockiert wurde. Trainer, hier spricht Shepard. Bereiten Sie einen Notstart der Normandy vor. Wir ziehen ab. Ich übermittele jetzt die Befehlcodes. Verstanden. Wird erledigt. Niemand nimmt mein Schiff. Wer friert die Hölle zu, bevor jemand mein Schiff stiehlt? Ich stehle es nicht, wenn ich Sie bin. Alle hinrichten. Der Shepard-Kult endet hier und jetzt. Sie ist aber badass. Du meine Güte. Miss! Ich hab was machen können. Ich hab's nicht schnell genug gesehen. So ein Mist. Gut. Sind noch alle da? Okay, das kann ja was werden hier. Okay. Wo sind alle anderen? Oh! So viele... Boah. Besser wird's nicht mehr. Okay, äh... So, der muss jetzt zu uns gehören, theoretisch. ...jetzt du weiter. Eine große, glückliche, hart zu schlagende Familie. Oh mein Gott. Scheiße, ey. Ach, du scheiße, ey. Komm, lass mich, lass mich überziehen, lass mich überziehen. Ich kriege überhaupt keinen Schaden hier. Es war auch ein... Keine ordentliche Waffe dabei hier. Oh, scheiße, ey. Ah, du scheiße, ey. Mit so einer Waffe, ich bin da. Lass mich vorbei, lass mich vorbei, lass mich vorbei. Lass mich vorbei, lass mich vorbei. Ich komme da nicht rüber, ey. Scheiße. Okay, ich kam da nicht rüber. Ich dachte, ich kann da rüberspringen. Das war ein Mist. Das ist aber auch... Also mit so einer Waffe jetzt. So ein Mist. Sind noch alle da? Wir sind auf dem Balkon. Ich bin auf dem Weg. Auf dem Balkon, okay. Andere Seite. Welche andere Seite? Oh, mein Gott, also mit dieser... Wieso ist meine Waffe nicht ausgerüstet? Das ist so ein Scheiß. Eine große, glückliche, hart zuschlagende Familie. Oh, mein Gott, ey. Oh, mein Gott. Habt ihr schon gesehen, Brooks? So machen das Legende. Meine? Würde ich mir nicht die Augen zu halten, will ich beeinflussen. Das kann ja dauern, hier. Scheiße. Ich glaube, hier ist rum. Der Befehl dauerl ist, die Schuhe der anderen Steffern zu besitzen. Und ich versage diesmal. Oh, mein Gott, ey. Ich habe verbrügt, dass ein Torsianer... Scheiße, ich komme nicht durch das Schild durch, glaube ich. Ich glaube, ihr Torsianer ist Archangel. Oh, mein Gott, weg hier, weg hier, weg hier. Oh, mein Gott, weg hier, weg hier. Oh, mein Gott, fuck, 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 fuck. Oh, mein Gott, ich kann nichts kriegen, den Aussicht. Oh, mein Gott, ich kann nichts machen. Da will ich jetzt mal besser. Die Deckung! Hey, passen Sie auf, worauf Sie da oben schießen! Ja, tut mir leid. Komm, fall um, du Mistkerl. Den haben wir gerade schon erwischt. Oh, scheiße, 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 lauf, 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 lauf. Lauf! Oh! Meine Güte. So, den haben wir. Den haben wir auch. Mist, der wird gegrillt. Ah, sehr gut. Das ist Schlafschützchen, oh mein Gott. Oh, fuck, fuck, da ist eine. Oh, mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ach, da fliegt sie. Bleib stehen! Okay, die haben wir erwischt. Übel. So, wen können wir übernehmen? Alter. So, wie viele von den Mistdingern gibt es da? Das ist ja unglaublich. Schüsse haben wir nicht mehr. Mit, wo habe ich gerade was geworfen? Kann ich, äh... Okay, nicht so gut. Äh, ich brauche dringend Munition. Ich habe da vorne irgendwo welche gesehen. Lauf! Also, ohne meine Waffen, nie wieder. Scheiße, ey. Ich sehe nix. Zum Glück lebt meine Kuh noch. Ah, der hat nix geahnt, der hat kapiert. Okay. Im Visier! Da oben, das sind meine Leute, glaube ich. Wo haben wir noch... Das war's, oder? Alles gesichert. Und wo ist jetzt ihr anderes Ich hin? Sie rückt in die Archive vor. Gruppen zusammenhalten. Team Mako, sie bilden die Vorhut. Jawohl. Äh, was ist dein Mako? Etwas, das wir jetzt gut gebrauchen könnten. Team Hammer, sie übernehmen die Flanke. Verstanden. Und der Mako ist dem Hammer in nichts überlegen. Oh, mein Gott, was ist der Stress. Ich brauche meine Waffen. Unglaublich, ey, dass ich die nicht ausgerüstet habe. Ich habe es aber auch nicht gemerkt. Ich habe... Ne, komm mal. Werde, oh, so aus. Ich glaube nicht. Aha. Gut. Na, das kann was werden, ey. Hoffentlich ist es kein... Oh mein Gott, hoffentlich ist es kein so Riesen-Endkampf. Das sehe ich schwarz, dann. Vielleicht können wir nochmal die Waffen ändern. Oh, mein. Ja, ein Archivar. Kommt wir da durch, ja, oder? Tatsache. Danke. Kraftverstärkung. Na, das haben wir doch gerne. Mann, echt. Ui. Ich möchte wissen, was ihr Klon hier drin sucht, Shepard. Zum jetzigen Zeitpunkt ist alles möglich. Wie die Entdeckung, dass sie einen Klon haben. Ich möchte nicht darüber reden. Ja, aber echt. Natürlich. Zumindest nicht, bis wir alle einen Drink hatten. Das muss schon traumatisierend sein, zu wissen, dass man mehrmals existiert. Es sieht aus wie ich, aber es ist nicht ich. Oh Gott, ey. Da sind sie! Die andere Shepard lässt uns! Oh! Erledigt sie! Ich brauche mehr Zeit, um die Kammer zu finden! Gut. Sie haben wieder Weg! Hey, jetzt gehen die alle auf mein Ziel, oder was? Da wär's nicht gar nicht da, okay. Okay, einen Weg zum Umgehen finden. Welche Plattform? Oh! Okay. M7 Lancer. Ja, würde ich gerne. Komm ich nicht ran. Oh, doch. Verwaffnung ändern! Oh, Herrgott. Danke schön. Danke sehr. Schande. Gut, das will ich mal eben gerade machen. Gut. Jetzt müsste ich meine Sachen wieder haben. Hinsie mal. Hier steht diese Waffe war im Erstkontaktkrieg im Einsatz. Im Jahr 2157. Genau. Damals, als Menschen und Thorianer noch aufeinander geschossen haben. Relevante Daten haben wir zu den Forschungsflächen hochgeladen. Gut. Jetzt geht's jetzt besser. Jetzt fühle ich mich deutlich besser. Verstanden. Wir kämpfen also gegen ihren eigenen Klon, was? Das ist total verrückt. Aber praktisch. Wenn Sie eine Aufgabe nicht selbst erledigen wollen, Commander, lassen Sie hier den Vortritt. Wie ein persönlicher Butler? Ich will nicht drüber reden. Dann soll das auch Ihr Klon machen. Was? Das drüber reden? Ja, was war denn jetzt hier? Ich komme ja gar nicht weiter. Was ist denn das? Oh mein Gott, ey. Kann ich für diese Plattform überhaupt weiter? Nee. Oh, nee, ey. Ich habe keine Ahnung, wie das hier weitergeht. Ich kann ja nur da hoch. Keine Ahnung. Ah ja, okay, ich habe es gefunden. Ich bin einfach hier runtergesprungen, da wo kein Geländer war. Verdammt. Jetzt. Also. Halten Sie Shepard von mir fern, sonst rollen Köpfe. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. So, jetzt guck mal, was wir jetzt hier für einen Sniper ausgerichtet haben. Mist, das ist die große, ich fahre eigentlich die Halbauto. Ich würde kündigen, wenn Sie mein Commander wären. Ja, die macht viel Schaden, aber ich hätte das gerne, die ist so zu langsam. Wir sind hier drüben Commander, wir greifen von dieser Seite aus an. Ja, der Tante Feen die Erfahrung, die ich gemacht habe, die hat keine Ahnung, die ist sechs Monate alt. Ich glaube, über die Röhren... Über die Röhren? Oh! 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 Sorry! Ja, mit dieser Waffe ist das schon was ganz anderes. Gut. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Äh. Na hier nicht. Okay, keine Ahnung, wo die andere Seite ist. Da hinten irgendwo? Oh! 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 Gut. Okay. Wo ist er denn jetzt hin? Ja, rüber. Ja, geh rüber. Geht nicht. Geht. Ja, ja. Was sind meine Leute? Oh. Gut. Kein Problem. Ich wollte gar nicht ausbeschossen werden. Okay. Los, ich gebe Deckung. Los. Das ist unfair. Wir sind auf einer Leiter. Unfair. Hier ist Shepard. Wir brauchen... Uh. Er ist geballert aus allen Rohren. Oh. Massaker. Genau. Wer sich mit Shepard anlegt, kriegt es mit ihren Freunden zu tun. Außer, wir klettern gerade eine Leiter rauf. Oh je. So. Ziel finden. Da kommen wir nicht ran, oder? Was ist? Archiv. Erstkontaktkrieg. Verhör den... Interessant. Interessant. Gut, wir gehen gleich weiter. Achtung an das gesamte Personal. Stellen Sie sich mal vor, wie viel Geschichte hier lagert. Das muss Jahrtausende zurückreichen. Ja. Ich wüsste zu gerne, was mein anderes Ich hier drin sucht. Verständigen Sie bitte das Nachwuchspersonal. Vielleicht wollen Sie die Schicht umschreiben, oder so? Ohne Kunt! Sehr gut. Feindkontakt voraus, Commander. Wir ziehen Ihr Feuer auf uns. Wir sind über uns. Sie sind über uns. Ja, ja. So, wir schießen jetzt alle ab. Sind schon wieder meine. Da sitzen die Waffe überall. Au. Okay. Wo sind sie denn? Da ist einer. Au! Ich lauf bitte rein. Sehr gut. Oh, getimed. Ich finde es ja fast unfair. Vielleicht sollte ich auch immer wieder mal daneben schießen. Ah! Brechen Sie bitte nur für sich selbst. Ich bin nicht einmal eine Agentin. Machen Sie es einfach so wie Shepard. Überlassen Sie den anderen die Schwerarbeit. Oh! Wie soll das denn heißen? Wäre es wohl möglich, dass Ihr Komiker auch mal was trefft? Ich bin nicht. Ich bin nicht. Okay. Hier ist aber safe. Da oben noch einer. Das ist nicht meine. Überall sind meine Leute, das ist ja unglaublich. Stimmt auch mal. So. Reicht. Gut. Wir haben immer auf kein Team eingeteilt, oder? So, wo soll man hin? Ziel finden. Vielleicht da weiter? Waren wir da? Kommen wir von dort? Ja, 1896 CE. Entfernung illegaler KIs. Ähm, da hinten geht's weiter vielleicht. Grüner Ausgang. Wäre möglich. Achtung an das gesamte Personal. Notabriegelung eingeleitet. Haltes. Geister. Unfassbar, ist das der? Oh, ich hab mich ganz vergessen, dass ich wieder hier Crew Munition nutzen kann. Gut. Wer war das denn? Wer hat's erwischt. Gut. Achtung, zwielichtige Mächtige an Söldnern. Sagt bitte, dann akzeptieren wir eure Kapitulation. Und ich dachte, der Wiener würde bloß beim Bock anlegen. Der Bruder hingegen macht keine derartigen Zusagen. Ah, was labert der im Hintergrund, das ist so niedlich. Ja! Ziel finden. Ach, der ist da noch. So, ein leichter Schock tut doch ganz gut hier. Ach du, nee! So, gut. Okay. Da geht's. Äh, ja und? Ich habe es mit Ihnen verwechselt. Spür's wieder auf. Tut mir leid. Glyph ist kein Kampfmodell. Ah! Ich hasse wechselt. Das ist nicht schlecht. Oh, okay. Ähm, ich schätze, das kommt zu einem blöden Kampf dann. Also zu einem etwas anstrengenden Kampf, möglicherweise. Und deswegen überlege ich, ob wir an dieser Stelle Schluss machen sollen. Was ist für die Folge zu lang? Ich würde sagen, wir machen das. Es ist so leid, dass es wieder einen Cliffhanger gibt. Aber ihr wisst, eine halbe Stunde ist eine gute Zeit. Und da geht's eben einfach übermorgen weiter. Ich bin sehr gespannt, was das für ein Kampf wird. Falls es wieder ein schwieriger Kampf wird. Man weiß es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie theoretisch meine eigenen Fähigkeiten benutzt. Gegen mich. Vielleicht werde ich eingefroren. Na gut, wir werden sehen. Liebe Leute, macht's gut. Bis dann. Eure Nussita. Tschüss. verschwindet. treat D